hallo und herzlich willkommen zu ttt zur allerersten folge ttt und ich hoffe mal vielen weiteren bespiel waterworld mit dabei sind hermann the german queer hax hax unterlieben und es werden noch weitere folgen ich weiß dass breeder ist gerade noch am installieren es gibt es kommen ganz viele leute dazu und hier fest etwas seid ihr so zu regeln hat der test ist verboten bei so geringer anzahl wir haben gleich einen trader ja ja bei so geringer anzahl ist es ein trader ja aber wenn wir jetzt zu fünft und zu sechs wenn sind dann zwei oder die ich glaube ab fünf sind es ja das ist ja dann trotzdem voll op irgendwie detektiv bekommt man ab sieben leute habe ich eingestellt normalerweise bekommst du den ab sechs da drin sind doch wieder zwei nur bloß ich und du gehst jetzt hier wieder raus komm wir vertrauen uns jetzt komm weil ich habe keinen grund hier zu vertrauen ist doch egal wir vertrauen jetzt einfach und man muss einfach mal das vertrauen reizen ich mache die tür wieder zu er schießt hier gerade auf wen schießt der gegend rum hermann ist es ganz klar sicher ganz sicher hermann ja ja sicher machst du mal die tür auf nee warte ich mache jetzt die tür auf hermann also ja er läuft halt vor ich hoffe ich hätte was wappt Wie mache ich das jetzt? Was war das denn für ein Fight? Der erste Schuss daneben, der zweite Schuss, scheiße, einfach weiter versuchen. Der vierte Schuss, weißt du was, ich wechsle auf die M16, ein Schuss tot. Ja Leon hat gar nicht getroffen, keinen einzigen Hit war. Und ich musste nicht mal meinen Teleporter benutzen. Okay. Genau, also wenn ich dann irgendwann mal Traitor bin, zeige ich euch mal so die Sachen, die wir haben. Es sind nicht so viele Sachen. Wenn das anfängt zu klären, ja also hier und das und das, dann wissen wir wer. Und in dem Moment, in dem du das ausgesprochen hast, hat er mich mit der Silence weggemacht. Dass du wirklich Traitor warst, das hat mich so richtig abgefuckt. Ich hab's ja auch so richtig leicht gemacht, weil ich einfach still stehen blieben bin. Ja. Weißt du, dann dachte ich mir schon so, hast du jetzt gesehen, dass ich Weihreg weggemacht hab, dass du einfach rumgeschossen hast. Ach der war da schon tot. Der war, der fand direkt nachdem er seine Begrüßung gemacht hat, mach er hin. Ja das stimmt. So, ja und ich hoffe auch viele weitere Wolken zu. Weg. Er hatte halt Pech, er ist der einzige der vor der Nase rumgelaufen ist. Hä, lass du mich da jetzt reingehen kurz. Aber nur wenn du mich nicht abschießt. Dann geh ich kurz in Traitor rum. Ne, ich bin leider nicht Traitor, also kann ich dich da nicht reinlassen. Oh Mann. Hey, komm mal nicht raus. Hey, wenn du Traitor bist, dann, ich, ich helf dir. Aber lass mich einen Traitor rauben. Ich bin nicht Traitor. Komm, kannst mir vertrauen. Komm, wir gehen rutschen. Komm, wir gehen rutschen. Nein, nein, das ist der Traitor-Tester. Nur eine von beiden. Beide. Beide glaube ich, ja. Ja komm, dann gehen wir rutschen. Ja, dann springen wir von oben runter, okay. Und der, der überlebt, ist auf jeden Fall innocent. Kannst mich am Arsch lecken. Komm, das machen wir jetzt. Komm, du springst zuerst. Okay. Ähm, warte. Ich komm da nicht rüber. Das ist voll easy. Ach, da ist eine Strömung in dem Wasser da unten. Ja. Der Hörmann sitzt da oben drin. Ja. Ich sitz da oben in meinem, in meinem Nest. Ich hab mir ein Nest gebaut. Ja, ich, ich weiß. Ich glaube, ich schieße dich jetzt ab. Wenn du mir auch nur eine Kugel in meine Nähe setzt. Ja, dann kriegst du den Header. Hä? Schau mal kurz zu mir. Nee. Nein, schau mal kurz zu mir. War ja fast auf mir. Leon ist beim Trater Room. Ja. Oh, Leon. Klar, Leon. Was ist der da? Ich weiß gar nicht, wo der in der Map ist. Ja, da ist deine Ecke. Ja, ich, ich beobachte dich. Du gehst da nicht rein. Du gehst da nicht rein. Mann, ich... Warte auf. Er hat... Er schießt bloß auf, ähm, Barrett. Nee, ich glaub, er ist es. Woah! Das ist uns schaden gemacht. Was? Das ist uns schaden gemacht? Warte kurz. Bleib mal da stehen. Ja. Was machen die Spacken da? Okay, Leon ist es, Leon ist es, oder, oder... Ja, ganz sicher, dass er ihn vor meinen Augen umgebracht hat. Es ist, es... Er wurde mit der... Mit einer Silence... Er wurde mit der AWP, wurde er getillt. Er wurde mit der AWP gekillt. Okay. Ganz sicher, Simon. Das kauft dir ja sowas von nicht. Okay, ich... Hermann, wenn du Traitor bist, ich tötsch den Leon, okay? Was? Ich tötsch den Leon. Ich glaub, der ist es. Trau dir ja sowas von nicht, Simon. Ihr killst den vor meinen Augen. Also... Elvener, du warst ein bisschen dämlicher Innocent oder ein dämlicher Terrorist. Ich bin mir noch nicht sicher, was von beiden. Ja, da hinten steht er. Natürlich ist es Leon. Ja, natürlich stehe ich da hinten, wenn du mich verfolgst. Ja. Ja, er ist es. Er schießt auf mich. Mit, äh... Ich hab nur noch drei Leben. Also... Wo ist er? Wo ist er noch mit dir? Der steht bei den Kabinen, ist er. Er kommt zu mir. Ich wüsste jetzt gern, wo du bist. Wo du warst. Wir haben den weg. Wenn du uns aufhändig Unsicht wach zu machen. Alter! Wie... Ich bin kein... Weiß nicht mal, ob das funktioniert, deswegen. Bäh, 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 bin kein Traitor, bin kein Traitor. Bin der Leon. Mi, 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 mi. Bist. Oh. Da war Ende. Okay, so geht's natürlich auch. Ich wusste, dass Ende ist. Ich hab genau gesehen, dass du ihn abgeschossen hast. Genau gesehen. Wie ich ihn umgebracht hab. Also, in der nächsten Runde, Leute, hauen wir die Silence AWP raus und hauen stattdessen ein paar andere Waffen rein, okay? Ja, wie wär's denn mit, äh, also ich find die Taube gut, den Milan Launcher, der Milan Launcher ist super. Ja. Hat mich jetzt grad der Leon umgebracht gehabt, oder? Ja. Ich hab das selber nicht gewusst. Weil ich auf dem Boden schaue. Ja, das sollte man vielleicht auch installieren, dass man dran stehen hat. Dass man sehen kann, wer ihn getötet hat, ja. Was, wer wen getötet hat? Ja. Nein, das ist doch dann voll easy. Nein, wenn du selbst getötet worden bist. Von wem du getötet wurdest und was du noch alles hast. Ach so, ja genau, das wär cool. Naja, aber das weiß man ja so oder so am Ende der Runde. Ja, normalerweise fast immer ist es ja eigentlich klar, wer wen getötet hat. Das ist trotzdem praktischer. Warum haben eigentlich die Fenster bei mir einen komischen Grafik-Bug, wodurch ich nicht durchschauen kann? Keine Ahnung, äh, dann musst du die nochmal mehr kaputt machen. Die kaputten Gläser haben das manchmal. Wenn ich die schlag, dann kann ich durchsehen, aber wenn sie komplett sind, dann seh ich bloß ein komisches. Was machst du da hinten wieder beim Trader Room? Ja. Er sagt bloß ja. Geil. Du hast ne Backflip gemacht. Ich weiß leider nicht, warum der Schuss kam. Simon ist es, glaube ich. Wo bist du? Ah, ich hab dich. Oder? Ah ne. Er hat auf mich mitgeschossen. Lebt eigentlich noch irgendwer? Ja, ich lebe noch. Und gerade eben wurde er auf mich geschossen. Okay, also dann bist du safe, oder wie? Ich hab keine Ahnung. Es wurde auf mich geschossen. Ich weiß nicht, ob du, du könntest von mir aus Traitor sein, weil ich weiß nicht, ob alle andere tot sind und du es mir bloß nicht sagst. Nein, ich hab den Toten, äh, gesehen von, von ihm. Aber, der, der ist von irgendwo gesnipert worden. Stimmt, es könnte keinem AWP-Schuss gewesen sein, der mich getroffen hat, also, der auf mich geschossen wurde. Ja, dann hat er aber jetzt keine Schuss mehr. Mit der Silent. Glaube, jetzt nicht mehr. Jedenfalls, ich wurde gerade mal schon wieder auf mich geschossen. Wo bist denn du eigentlich? Ich bin hier hinten beim Traitor-Room, hab ich mich hingestellt, falls der Traitor vorbeikommt. Okay, ich komm jetzt Richtung dir. Ja, ich seh dich, ich seh dich. Du bist safe, oder? So safe, wie man in diesem Game sein kann. Ähm, wo ist dann der andere? Warte, wo bist denn du hin? Ja, ich bin immer noch hier beim Traitor-Room, da, über, über bei. Ach, du bist da oben in dem Pool dran. Ich glaube, es wurde schon wieder auf mich geschossen, wer immer auch gerade eben schießt, dem so ähnlich. Ach, ach so. Ja, irgendwo. Drück dich, drück dich. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein! Ach nee, ich glaube, ich weiß, was der hat. Ich glaube, der hat die Silenced-Pistol. Ach so. Aber wo ist er? Deswegen hat er so viele Schüsse und macht relativ wenig Schaden. Ja, wo ist er denn? Bist du tot? Nein. Nein, ich lebe noch. Ja, wo ist er denn? Hast du ihn gesehen? Wir sagen, wenn einer von uns beiden dauerhaft auch hört zu reden, ist er tot. Wir reden jetzt einfach die ganze Zeit ein bisschen was. Ah, ach so. Ja, das bin ich. Ich glaube, er ist irgendwo oben. Entweder oben irgendwo drauf oder auf diesen Seitenteilen. Aber da bin ich nicht sicher. Hä? Ähm, ach so. Ja, das gibt's ja gar nicht. Das, dass wir den nicht finden. Ah, du bist jetzt tot, oder? Nein, ich lebe noch. Ah, gut. Nein, ich lebe noch. Wo bist denn du hin? Ja, hier. Ähm. Weißt du, was wir machen? Wir gehen zu den Kabinen. Es wurde schon wieder geschossen. Ich bin mir jetzt eigentlich hundertprozentig sicher, dass du safe bist. Dann gehen wir zu den Kabinen, komm. Gehen wir zu den Kabinen. Und ich brauche nicht richtiges Wasser. Ah, shit. Hä? Wo ist er denn? Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Ich hab ihn. Wo? Nice. Ich hab gerade den Sniper da oben. Ich dachte, da oben liegt der fucking Sniper. Nein, der oben liegt nie in den Sniper. Scheiße. Ich fand's so geil, ja? Ich glaub, der hat ne Silenced Pistol. Sie sitzt gerade mit seiner scheiß Diegel. Mit der lautesten Knarre im Game. Und BAM. Ja, also ich kann echt so... Ich glaub, der hat ne Silenced Pistol. BAM. Ich war so, oh, what the fuck. Hab ich wenigstens irgendeinen Diegelschuss trocken? Irgendwas? Ja, du hast ja einmal mit dem Diegelschuss trocken. So ein Mist. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ja, versteckt. Noch drei Runden, ich glaub. Ah, ich glaub, wir sollten die Runden zahlen dann auch beim nächsten Mal ein bisschen verkürzen. Oder einfach schneller. Wir sind, glaub ich, aktuell auf 10. Nee, würd ich nicht mehr sagen, weil du hast als Traitor, wenn du weniger Zeit hast, wird's schon echt knapp. Ah, das sind die Runden halt etwas länger. Macht ihr nix. Ach, geh weg. Was denn? Fuck off, was mach ich denn da? Hör, man. Wir liebten noch... Eigentlich den Schritt noch nie an und fang an zu schießen. Wall, weg, wall, weg, wall, weg, wall, weg. Ich fang an zu schießen, wenn du mir weiter hinterher gehst. Okay, dann einer von euch zwei Insel. Leon, du bist safe. Warum soll Leon safe sein? Ja, hör, man ist es, hör, man ist es, hör, man ist es, hör, man ist es. Okay. Schau, ist mir nicht da. Wo ist er, wo ist er? Er ist bei den Kabinen. Er lügt, er lügt. Er ist bei den Kabinen. Gib mir Asyl, gib mir Asyl. Maxi, Maxi. Vorsicht. Geh zum Leon. Ich bin nicht, geh nicht zum Leon. Vorsicht. Wer? Wo ist er? Wo ist er? Wo lebt er auch noch? Er hat was gesagt. Ich geh hier in den Raum. Ich bin da safe. Ja, okay. Dann komm ich mit. Ich hab ihn. Du hast ihn wo? Hinten, da oben, oberen Traitor-Shop. Über den Traitor-Shop? Da, da ist er. Schau doch, wo ich hinschieße. Ja, über den C bin ich. What? Shit. Nein, geh weg. Der trifft ziemlich gut. Da ist er. Nein, nein, nein. Du schaust, ja. Ja, was? Du sagst, da ist er. Gibt's da noch, Maxi? Ja. Ah, okay. Ja, ich hab voller HP. Wunder dich nicht über meine veränderte Stimme. Okay. Ich bin ein bisschen krank. Ja. Oh, fuck. Da hab ich ne fucking huge. Moment. Das konzuliert's ja nicht. Oh, Gott. Oh. Au. Haben wir irgendwas zum Heilen da? Nee. Oh. Was? Was? Weil die Waffe ist weg. Oh, die geht nicht huge. Oh, ich hab keine Money. Scheiße. Was war das? Das ist das Heidegum. Auf einmal hab ich keine Waffen mehr. Ich hab den Random Mart eingesetzt. Ja, er hat ausnahmsweise immer dir geholfen. Scheiße. Aber, what the fuck, Simon und Maxi kommen um die Ecke und ich fall tot um. Ich denke, du waffst dann. Ich sagte doch, wir werden verfolgt. Besser, ich schieße auf Simon und Simon weiter warst. Dann geh zum Leon, Leon. Und ich schieße voll Leon an den Rand. Ja, Leon hat uns halt Asyl gegeben. Kurz, aber. Oh. Wir müssen die unbedingt raus tun, die Silent AWP. Das ist zu OP. Ja, aber es sind halt sonst keine Waffen drin. Nee, nicht wirklich. Also ich hab halt wirklich durchgeguckt und dachte so, das kann ich nicht benutzen, das kann ich nicht benutzen, das kann ich nicht benutzen, ich hab keine Chance ohne Silenced. Ja, weil diese komische Musiker, die da vorne noch drin hat. Die ist sehr stark, die ist sehr stark. Ja, aber dann weiß jeder, wer es ist. Na, wo er ist. Ja. Was ist, was ist sehr stark? Die Panzerboot-Gang. Achso, ja. Die haben das in den Kabinen? Vor den Kabinen, würde ich zwar eher sagen, aber. Er wird auch garantiert nicht verfolgt. Auf C ist der Traitor-Shop, oder? Ja. Ah, okay. Leon, ist es! Na, fucking nein, ich wollte es einfach mal versuchen. Gut. Ah, ich wollte auch. Mann, ich hab nichts gesehen, die Runde. Wie viel Schaden habe ich da eigentlich gemacht? Ah, Death's Love, oder? Hast du. Lachst du noch, Leon? Oder Hermann? Welche Waffe hast du benutzt? Tanzverbot-Gun. Ich hab die Tanzverbot-Gun für... Und, wie viel? Ja, das will ich gar nicht wissen, wie viel die sind. 70 Schaden in irgendwie 5 Sekunden oder so. Die ist schon stark, ja? Also, wenn du durchholzen kannst, dann rennst du alles nieder. Ja, wenn. Ich hab ne Diegel, wer will die? Ich hab auch eine. Ich auch. Ich kann's mit der Diegel nicht. Ohne Diegel nix. Schatz feiert. Irgendwer ist da bei den Kabinen. Hallo, Leon. Ja, ich weiß, der Maxi. Hättest du mal auf, wenn mich jede Runde zu erfolgen? Ah, ich zeig dir mal was. Ich zeig dir mal was. Darf ich dir einen Headshot geben? Egal, ob du weiter bist oder nicht. Komm her. Nein, komm, 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 ich zeig dir was. Wenn du schießt, schieße ich auch. Warte, komm, tritt mich. Komm her, ich zeig dir was. Ich trau dir nicht. Ich hab ne Diegel, unser Kampf mit der Diegel war echt scheiße. Komm, jetzt her. Okay, ich vertraue in Maxi. Komm, wir machen jetzt den Squad. Das ist jetzt ein großer Fehler, den ich mache. Ich gehe jetzt zum Aschigaru. Also, ich vertraue, also ich sage, der Maxi ist safe eh nur. Und ich auch, ja? Als ich jetzt gleich tot umfahre, weiß ich, wie es ist. Drück darauf E. Na, fuck again. Das war so ein Scheißteil, das ich bloß ich aufmachen kann, oder? Ja, das kann ich dann schlecht auch. Aber warum kriegt das kein so ein Pfeil? Nee, hat's nicht. Das ist der Kühlschrank, dass du nach oben kommst. Das ist der Kühlschrank, da kannst du dich nach oben teleportieren. Da, wo Valerik saß und euch die ganze Zeit besnipet hat. Und das kann man, ah gut. Ich kenne bloß die Sachen, wo so ein Pfeil... Bis nächste Folge, ja? Da spielen wir dann eine neue Map mit neuen Waffen. Bis dahin, tschüss. Ciao. Ciao.